Wir sind beritten im Standfläch des Mittelalters im 15. Jahrhundert. Heute entfasst der Verein 320 Mitglieder und betreibt seit 1980 viele eigene Reitanlagen mit Standplätzen und seit 1991 eine Volonger Reit-Halle im Aufwiesenweg. So, dann haben wir im Anschluss nach der Reitergruppe haben wir unseren Brandfahrerzug von Wangen, Bezugführer Sir Jürgen Lader. Der Brandfahrerzug besteht seit 1991 und war Teil von der Wangener Marrezug bis 1997. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020